...dauern die Einspielphase zwischen den beiden, die noch gar nicht begonnen hat. Der Schiedsrichter wartet dort auf die beiden, um die Wahl vorzunehmen. Sie sehen es im Hintergrund, es hat sich ein wenig sehr gelichtet. Wir wollen diese Zeit nutzen und nochmal auf den M1 gucken. Auch dort eine interessante Partie. Nicolás Lapenti aus Ecuador hat drüben Aufschlag gegen Roger Federer. Der den ersten Satz schnell mit 6-1 gewinnen konnte, aber der zweite Durchgang doch eine zähere Angelegenheit zwischen diesen beiden. Lapenti läuft seiner guten Form von vor zwei Jahren seit geraumer Zeit hinterher. Nummer 1 Ecuador, inzwischen auch 25 Jahre alt. Spielball zum Fünfbeide. Roger Federer, der junge Schweizer, zum dritten Mal in Hamburg dabei. Aber in den Jahren zuvor jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Die 1 aus der Schweiz. Der Return wird knapp ausgegeben. Der Return von Federer, 20 Jahre jung, aber schon im fünften Jahr als Profi auf der Tour. Auch er hat ganz jung angefangen mit dem Geldverdienen im Profi-Tennis. Wieder die Chance für Lapenti, sich im Match zu halten. Martin hätte Lapenti lieber ausgehen lassen sollen. Zudem steckt er da den Schlägereien in diese Rückhand und spielt einen Volley hinten von der Grundlinie. Und wieder ist das Fünfbeide vertagt. Oh, wir sind in der Hölle. Dann� den Menschen, die in der Hölle第一age müssen Sieذهbe. Aber ganz langsam ist das Fünfbeide. Und das sind die Häuser me damen und den Zucker segur况. Er bist du Bistot von A. ... ... Geräusche? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Arasi 4 zu 0 führte und dann hat der Marokkaner aufgegeben mit einem steifen Nacken und hat irgendwo Zug bekommen. Also der Showman Arasi draußen. Auch der dritte Versuch, gleichzuziehen zum Fünfbeide, gescheitert von Niklas Lapenti aus Uriakil. Lapenti ist hoher Ordnungsträger seines Landes, Sonderbotschafter, wo seine Bemühungen, Tennis auf stärkere Beine zu stellen, sind noch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. In Ecuador gibt es nach wie vor nur Privatclubs und der Zugang für Minderbemittelte zum weißen Sport ist nahezu unmöglich. Es gibt ein paar Programme über die Schulen. Der erste Durchgang war wirklich eine Blitzangelegenheit, aber im zweiten Durchgang hat es auch gut. Auch Breaks und Re-Breaks. Insgesamt viele, viele Breakschancen. Was nicht für die Qualität der Aufschläger spricht. Obwohl natürlich ein Break auf Asche schon mal eher möglich ist als zum Beispiel auf einem schnellen Teppichboden oder in Wimbledon auf Rasen. Da ist das ja immer gleich bedeutend, schon fast mit Satzverlust. Jetzt hat Federer das Add-the-Advantage-Vorteil und damit also Matchpoint. Und wieder reichlich unkonzentriert. Und der Ecuadorianer bei dieser letzten Aktion, dieser ersten Rundenbegegnung, Herr Roger Federer, kommt zu seinem ersten Erfolg überhaupt am Hamburger Rotenbaum. Und steht damit also in der zweiten Runde gegen Bohdan Ulirach. Für La Penti ist es einmal mehr außer Spesen fast nichts gewesen. Wir sind wieder live auf dem Center.